Rötig & Rötig Immobilien Sie haben im Herzogpark in der Pinsenauer Straße gelegen, Bestlack. Von dieser Wohnung haben Sie einen traumhaften Blick auf die Isar und wunderschöne Häuser in der Umgebung. Es handelt sich um eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 65 Quadratmetern, bestens geschnitten. Zur Wohnung gehören selbstverständlich ein Tiefgaragenstellplatz, ein großes Kellerabteil sowie eine Sauna und Unterfluss dazu. Bitte schauen Sie sich die Wohnung an. Sie haben hier auf dieser Wohnung zwei Terrassen, einmal nach dem Osten, einmal nach dem Westen. Und die Wohnung können Sie selbst beziehen oder auch weiterhin möbliert vermieten, indem Sie den Mietvertrag fortsetzen. Wenn Sie Interesse haben, bitte rufen Sie uns an. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.